So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist soweit, Darkrai ist da, nicht nur da, sondern auch als Shiny verfügbar. Deswegen werden wir jetzt losgehen und uns mit einem Kenny treffen. Der will nämlich vier Rates machen, mindestens hat er gesagt. Werden wir mal gucken, ob wir einen Shiny bekommen. Ich habe natürlich nur im ersten Raid die Möglichkeit, auf dem neuen Account eins zu bekommen. Dann muss ich wechseln, weil ich mir vorgenommen habe, nichts rein zu cachen, nichts zu kaufen. Ich mache also nur die täglichen freien Raid-Pässe weg. Ich werde immer mit zwei Handys spielen, durchwechseln, zwei, durchwechseln, zwei, durchwechseln, zwei, also acht Accounts. Bei vier Raids immer zwei, geht genau auf. Das sind richtige Oldschool-Zeiten, so kennt man das. Obwohl, zu den besten Zeiten hat man ja mit fünf Handys da gestanden. Bin mal gespannt, habe den Kenny jetzt lange nicht gesehen. Jetzt ist er zurück, jetzt fängt es wieder an. In letzter Zeit, Kenny hier, Kenny da. Mal gucken, er müsste gleich da sein, dann steigt mal ein. Wünschen euch natürlich viel Spaß heute bei Darkrai, beziehungsweise das ganze Wochenende. Und denkt auch an den Shiny-Skorpionen. Pionscorder gibt es ja jetzt auch. Also schön die Augen aufhalten, Skorpione mitnehmen und wir sehen uns beim Raid. So, und ich habe wieder mal alles verkackt. Das sehen wir nämlich gleich. Um die Wahrheit zu sagen, kennt ihr meine Gäste noch? 9.30 Uhr geht's los. Ich hatte meinen Wecker auf 9.30 Uhr gestellt. Ich brauche nur 0 Sekunden, um aufzustehen. Bin dann los, habe aufs Handy geguckt, habe mich angezogen, wollte raus, wollte zum Raid. Dann habe ich gesehen, ab 9 Uhr hat er schon angefragt, haben die Leute schon Raids gemacht. Habe ich wieder mal alles verpasst. Habe dann kurzerhand gefragt, wie sieht es aus? Wo bist du gerade? Dann habe ich gesagt, gut, wir machen noch den an den Stolperstein. Passt, ist ja genau bei mir zu Hause. Ich habe also rausgerannt, Handys mitgenommen, ins Auto gesetzt, vor das Auto gestellt, Kamera ausgepackt, angemacht, gefilmt. Und dann sehe ich plötzlich beim Anmachen, die Speicherkarte ist nicht drin, weil ich die noch im PC vergessen habe. Bruder, jetzt konnte ich nicht filmen den Raid. Jetzt konnte ich nur gerade den wichtigsten, den ich mit meinem Account gemacht habe, die Bildschirmaufnahme anmachen. Mal gucken, was da drin ist, ob da was Gutes ist oder nicht. Den vielleicht eintüten. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt was gefilmt habe. Habe gesagt, ich muss dann nochmal hoch, muss nochmal die Speicherkarte holen, muss noch hier, muss noch da. Das Intro habe ich vergessen zu filmen. Das habe ich jetzt nachträglich gefilmt und gerade vorne herangeschnitten. Das schneide ich jetzt hier rein. Und danach seht ihr, wie es richtig angefangen hat. Wo ich aber auch sagen muss, dass ich das und das davor noch aufnehmen musste. Ihr seht also wieder alles chaotisch, alles durcheinander, alles richtig... Ich verstehe nicht, was los ist. Letztens bin ich zum Rewe gegangen. Ich bin zum Rewe gefahren. Sagen wir es mal so. Ich bin zum Rewe gefahren, weil ich beim Xtreme noch war. Auf dem Rückweg habe ich gesagt, ich muss fix in Rewe, muss noch was einkaufen. Bin aus dem Rewe dann raus. Und anstatt zum Auto zu laufen mit meinem Einkauf, bin ich einfach heimgelaufen mit dem Einkauf. Weil ich nicht mehr daran gedacht habe, dass ich mit dem Auto da bin. Bruder, das ist doch wirklich grenzwertig, oder? Wart ihr auch schon mal einkaufen und habt euer Auto vergessen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich gehe da rein. Ich komme raus, voll bepackt und denke, jetzt alles heimschleppen. Dabei stand mein Auto auf dem Parkplatz. Natürlich, als ich es den nächsten Tag geholt habe. Ich habe sie dann erst nachts gerafft, weil meine Mom geschrieben hat. Sag mal, wieso steht denn dein Auto beim Rewe? Hä, bist du behindert oder was? Habe ich erst mal gerafft. Ach so, ich habe mein Auto vergessen. Und als ich es den nächsten Tag geholt habe, natürlich direkt Strafzettel dran. Also wenn, dann kommt es richtig. Das Leben bestraft ein. Jetzt haben wir auf jeden Fall Stolpersteine gemacht. Wir wollen weitergehen zum Old City Tower. Genau, Old City Tower ist dann das nächste. Da stelle ich die Kamera auch mal aufs Auto. Ich hoffe, da klappt alles. Also sehen wir uns gleich wieder. So, wir stehen jetzt am zweiten Raid. Im Prinzip ist es aber der erste, den ich abfilme. Richtig, wo alles klappt. Ich hoffe zumindest, dass alles klappt. Es ist schon wieder so chaotisch. Ich werde es alles so zusammenschneiden. Ich muss nachträglich noch irgendwie den ersten Raid erklären, was passiert ist. Ich muss nachträglich noch das Intro filmen und so tun, als wäre das Intro zuerst gewesen. Dann der erste Raid, der verkackt war. Und jetzt der zweite, dass es in der richtigen Reihenfolge ist. Das kriegt man schon alles hin. Auf jeden Fall ist Darkrai da. Wir sind jetzt am Old City Tower. Zusätzlich kann es sein, dass mein Onkel gleich anruft. Der wollte nämlich um 10 Uhr was abholen. Jetzt hat er gesagt, er braucht noch eine Viertelstunde. Er ruft dann an, wenn er da ist. Dann muss ich schnell wieder heim. Jetzt weiß ich nicht, wenn er anruft, ob die Aufnahme dann wieder beendet wird. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir spielen jetzt hier mit dem Michaels-Eiers-Account. Der ist nicht so krass. Den wollte ich aber auch mal mitnehmen, die freien Pässe rausziehen. Der hat eigentlich auch nur Raid-Pokémon alle umgepusht, wie ihr seht. Und was vorhin passiert ist, zeig mal euch dann. Ich muss das jetzt alles nur ein bisschen ummodeln im Kopf. Denn der Kenny hat sich ja heute mit mir verabredet. Wie gesagt, um 9.30 Uhr soll es losgehen. Um 9.30 Uhr klingelt der Wecker. Und ich sehe, um 9 Uhr sind schon 10 Rates gemacht worden. Dann war alles hektisch. Dann die SD-Karte vergessen. Dann noch schnell was kopieren. Dann hin und her. Und bin mal gespannt, wie viel wir jetzt noch machen. Ob wir trotzdem jetzt noch 4 machen oder wie auch immer. Und wie das mit meinem Onkel zwischendurch noch wird. Die Leute freuen sich auf jeden Fall, dass Darkrai wieder da ist. Weil das eben ein heftiges Pokémon ist. Mit richtig guten Werten. Sieht richtig cool aus. Und zudem noch shiny. Mein Problem ist halt, dass ich jetzt überall nur kleine Accounts habe, um zu raiden. Damit ich Videos weiterhin machen kann, Spaß haben kann. Aber für den Großen bringt es mir nichts. Weil man kann das ja nicht rübertauschen. Und eigentlich bräuchte ich auch jetzt gar keine Rates machen. Mache ich natürlich aber trotzdem. Weil die anderen wollen ja auch auf ihrem Account was haben und eine Tour machen. Eine kleine. Und dann nimmt man das halt gerne mal mit. Auch wenn ich jetzt für meinen Main-Account davon keinen Nutzen habe. 146 Sekunden übrig. Wir gucken mal kurz, ob es shiny ist. Wenn nicht, fangen wir es in Ruhe. Wir melden uns beim nächsten Raid wieder. Ein shiny gab es ja schon. Und hier haben wir... Was ist das? Nichts und nochmal nichts. 21,4 und hier 20,77, was das sein soll. Ich hasse das. Das geht wieder an den Rand. Versteckt sich. Ja, 20,77. Gute. Die Tüten wir mal beide ein und gucken mal, ob wir zwischendurch das mit dem Ongel noch mal... So, wie ist denn angekommen im dritten Raid? Es ist so chaotisch heute. Ich raste aus. Wir sind jetzt am Schwimmbad auf jeden Fall. Bei der X-Raid Arena. Der Brei hat er eigentlich gefragt, ob noch irgendwo was geht. Wir haben eine halbe Stunde gepredigt, Schwimmbad, Bruder. Jetzt fragt er, ob jemand den auf den Markt macht. Aber kein Problem. Der geht nämlich 11.02 auf. Wir fahren danach direkt zum Markt. Machen den dann noch. Das ist dann der vierte. Da wechsle ich nochmal um. Nehme nochmal zwei. Ich habe jetzt wieder zwei... Zwei. Zwei Rode-Accounts dabei. Den Mr. Moonlord und den... Fetty Krüger, glaube ich. Vorhin hatte ich den No-Name. Und den Michaels-Eiers. Und in der letzten Runde habe ich dann noch den Bio-Fing. Und den Jason-Form-Kiez. Die sind zwar alle nicht wirklich stark. Aber was bleibt einem anderes übrig? Wenn alle gelben und alle blauen krassen Level-40er-Accounts von einem gesperrt sind. Die haben übrigens auch Red Warning. Also nicht, dass ihr denkt, da geht es mit rechten Dingen zu. So ist das nicht. War alles ein bisschen chaotisch jetzt. 11.02 macht man noch den an der Sonnenuhr. Ist dann der vierte. Der Kenny muss nämlich dann auch wieder los. Ich habe dann auch alle Pässe, alle freien Pässe rausgehauen bei den Accounts, die mir zur Verfügung stehen. Sind ja trotzdem dann acht Stück aufgeteilt. Hier wird es zweimal vier. Das passt. In der allerersten Runde gab es einen Shiny. Wie gesagt, selbst wenn ich hier jetzt irgendwo eins drauf hätte, ist das ja auf dem Account dann verankert. Ihr könnt es zwar dann... Könnt ihr das eigentlich löschen? Also ich meine, mysteriöse Pokémon wie Mew oder Celebi, die kann man ja nicht löschen. Die kann man ja nicht wegschmeißen. Die sind ja für immer da. Wenn ihr jetzt Mew-Raits machen könntet, dann würdet ihr 100 Mew-Raits machen. Habt ihr original 100 Plätze in eurem Pokebeutel verschwendet. Wie sieht es aber aus mit Darkrai? Hat schon mal jemand einen Darkrai verschickt? Und geht das? Sonst dürfte man ja gar nicht so viele Darkrai-Raits machen. Man kann das ja nicht tauschen. Auch das Shiny nicht. Ist ja mysteriös. Aber kann man es verschicken? Aber wer verschickt schon Darkrai? Macht, glaube ich, auch keiner. So, wir gucken mal hier rein. Da nix. 20,84. Und auf dem anderen ein. Man sieht es wieder nicht. 21,2. Die tüten wir mal noch ein. Dann gehen wir zum vierten und gucken, ob wir da noch was haben. Sag mal. Ich muss mal ein Stück hier rüber. Nicht, dass der Kenny sich beschwert ist. Das muss sein, dass, ja genau, das weiß zwar keiner, dass er das ist. Ich hätte mich ja da vorstellen können. In dem Sinne. Im Endeffekt ist eh der Bildschirm dann davor und man hätte es gar nicht gesehen. Ich will, ich will Nudeln. Mann, jetzt fang doch endlich an, du dreckiger. So, da sind wir also angekommen. Am letzten Raid erst mal von der kleinen Tour. Vier Stück. Und ich muss immer noch das Intro aufnehmen. Nämlich muss immer noch den ersten Raid irgendwie herzaubern, wo ich die SD-Karte vergessen habe. Aber das habt ihr ja schon alles hier sehen. Der Brian ist mittlerweile auch da. Der steht da hinten. Den seht ihr jetzt nicht. Der Kenny noch am Start. Wir sind immer noch am Rätseln, wie man es irgendwann schafft, ein Lucky Dark Raid zu bekommen. Oder eben auch ein Lucky Mew, ein Lucky Celebi, wenn man die Mysteriösen ja nicht tauschen kann. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal so ein mysteriöses Event. Ist nicht sogar diesen Monat eins. Aber ich glaube nicht, dass sie da einführen, dass man plötzlich Mysteriöse tauschen kann. Oder so einmalig. Der Spezialtausch am Tag könnte ja einmal ein mysteriöses traden. Wer würde denn sein Mew weggeben für was anderes? Macht doch keiner. Und dann kriegt man ja auch kein neues oder wie. Aber man muss ja irgendwann auch mal das Shiny Mew bekommen. Also Fragen über Fragen, was Niantic da macht. Ihr wisst es wahrscheinlich selber noch nicht, wie sie das lösen. Alternative wäre ein Mystery Trade Pass, den ihr euch kaufen könnt. Und dann könnt ihr einmalig was traden. Aber das wäre noch Quatsch. Noch beschissener, denke ich mal. Ich denke mal, das wird alles auf ein Event hinauslaufen. Ich weiß nicht, wie ich mich hier hinhängen soll. Mein Fuß tut weh und ist umgeknickt einfach nur. Schön mit dem Knie auf den nassen Asphalt. So muss es sein. Wir haben jetzt die letzten zwei Roten hier dabei. Es geht eigentlich auch ganz gut durch. Dann bin ich wahrscheinlich fertig für heute. Weil ich einfach keine Pässe mehr habe. Und mir ist ja eh nichts bringt. Aber trotzdem acht Rates gemacht habe. Beziehungsweise halt vier. Die Frage ist, habt ihr auch welche gemacht? Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr ein gutes bekommen? Der Knie hat vorhin gesehen, hat ein 93er abbekommen. Und ein 96er sogar. Das ist natürlich sehr krass. Ich weiß gar nicht, was damals mein Bestes war. Ich kann auch leider jetzt nicht nachgucken. Ich kann ja nicht auf den Account zugreifen. Aber egal. Da zieht man natürlich gerne eins hoch. Hauptsache 15 Angriff. Dann würde ich es hochziehen. Bonbons müssten glaube ich auch genug da sein. Aber erst mal abwarten, wann der Account wieder frei ist. So. Einmal durch. Alles wegdrücken. Da haben wir auf jeden Fall kein Shiny. Hier auch nicht. 20, 82, 20, 72. Gut. Geht natürlich alles besser. Ab 21 wird es interessant, sag ich mal. Ich bin eigentlich raus. Ich muss jetzt nämlich noch das Intro filmen. Und den Rest schreibt ihr mal rein, ob ihr ein Shiny bekommen habt. Oder ob euch jetzt Knie wehtut, so wie mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. ��� tat, ночι. 90,'er Litrof. Ich bin eigentlich rausz. Ich bin eigentlich rausz. weird sat early. edition VW. We being mit, gut. Wir sind jetzt auch hier rausz. Es Alexandria. Ich bin wirklich oben歩. Untertitelung des ZDF, 2020